Hallo und herzlich willkommen zurück zu Worldacast attack und 3 ja am ende des letzten videos habe ich das ja an fern geschafft von vanilla heißt und jetzt ist unsere nächste aufgabe 500 besucher zu bekommen und 60.000 verkehrswert haben so verkehrswert weiß ich immer noch nicht was das ist aber wer es weiß kannst du mir bitte sagen ja dann würde ich mal sorgen eigentlich läuft der park recht gut da oben gibt es viel andrang bei unserer achterbahn kann mal gucken was der da die statistik sagt erregung bewertung 4,66 intensität bewertung 5,67 und übelkeitswertung 3,51 klingt eigentlich recht gut geschwindigkeit ergebnisse höchstgeschwindigkeit 82,49 km h durchschnittsgeschwindigkeit 40,58 km h fahrzeit 0,35 minuten fahrtlänge 404,92 meter kraft kraft ergebnisse maximal positive vertikale kräfte 3,64 g also g ist diese kraft die auf ein körper wirkt und je höher die zahl ist desto mehr kraft kräfte wirken auf körper und desto ja übler und mehr verletzungen kann man haben fallergebnisse gesamt gesamtzeit in luft 0,08 minuten das heißt 8 sekunden lang ist man in fallzeit gefälle 3 höchste fallhöhe 19,59 meter anzahl der investitionen 0 klingt alles recht interessant mal gucken was sonst noch so im park los ist hier geht keine kaum noch rein ja die preise sind auch viel zu hoch 150 reichen hier fällt man sogar länger also fällt man nicht fährt und fahren tut man hier auch länger also es praktisch dass man dort länger bleibt weswegen ich die kosten dringend habe das kotze wir haben eine potze aber die potze reicht wohl nicht nein das sind besucher reinigungsblöden man nein nicht das einstellen noch einen reinigungsblöden man so abstellen wieso ist zwei unglücklich traurig glücklich glücklich ach die kleinung ist mir eigentlich recht egal mir sind aber die aufgaben wichtig fegenmüll sammeln müll entsorgen scheint alles gut zu sein so dann bauen wir doch mal wieder eine achterbahn hier ist ja kaum noch platz ja doch die die ist berechtigt warum die so toll was haben wir ihnen hier noch eine karussell habe ich auch schon enterprise Luftkatapult auf das Luftkatapult habe ich lust ein gong dann kommt hier rein blopp 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 und der ausgang ist dann so kurz wie möglich dub dub so ups irgendwo habe ich ja da habe ich hingeklebt entfernen? ne es geht so gut öffnen kreis noch ändern 1,20 ist ok jetzt haben wir da noch so einen hüftigen wow ist das das rechte ich recht hoch wir haben da viel andrang da haben wir auch viel andrang da haben wir ja auch recht viel andrang so aber ich stell fest wir haben noch nichts zu mampfen also bürger ein bürgerladen wo richtet der pfeil sich hin ich kann nämlich nicht die kind wie rum der ah da so da stellen wir ihn hin öffnen ihn extras saure gurken etwas 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 preise steh ich mal ein da ist saure gurken wie viel soll man dazu bezahlen etwas dazu bezahlen käse auch etwas ketchup kostet gar nichts so dann was zu trinken getränke 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 zu viel essen muss man auch viel trinken auswählen um eis in ihren fruchtsaft hinzuzufügen keiner was damit gemeint ist so eis ist umsonst zitronenscheiben kostet ein wenig weise eis etwas ja etwas fruchtstücke etwas auch gut irgendwas habe ich gerade als nachricht bekommen naja trakt attraktion eigener stand tolle sache attraktion eigener stand ähm eigener stand ja toll und ballons ballons kann platzen bringen das ist immer unterhaltsam keine extras möglich sodann auch so erste hilfe dahin öffnen so die toilette ist auch geöffnet und bei der toilette verlangen wir noch 10 cent dazu ja wir sind geizig gierig wir wollen kohle kann man runtersetzen auf 1,30 wir brauchen da kunden da kommen auch kunden hin also das heißt nicht so unbedingt dass hier kaum kunden sind ja was könnte man noch so bauen nächstes mal dann spuren wir mal vor oh das karussell da wird mir doch schlecht ein karussell wird mir doch schlecht so ob es nicht anhalten so weit ich weitermachen da ballon wo die macht ballon putt 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 wie toll sind die ballons wo kann ich das eigentlich denn da 90 cent das geht da 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 kaputt kaputt wir haben eine auszeichnung erhalten sauberster park so da doch da nicht da besucher haben wir geschafft mindest verkehrswert wo kann ich das abrufen neue attraktion wiese peanut buttercups wiese peanut buttercups da 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 da